Hallo, grüß euch. In dem Video geht es jetzt um den Schritt, die Ergebnisse zu reklassifizieren und quasi in unser Bewertungsschema zu bringen. Wir haben ja im letzten Video hier unsere Hanglage errechnet und wissen jetzt für jeden Pixel, wie schräg der quasi liegt in Grad. Und wenn wir sie wieder unsere Tabelle ansehen, wir müssen das jetzt quasi bewerten, dass man sagt, okay, wenn das so und so schräg liegt, bekommt es diese und diese Bewertung. Und dann quasi wollen wir einen Raster haben, der nur noch die Werte 1, 2 oder 3 hat. Momentan hat ja der Raster die Werte mit Fließkommastellen, wie viel auch immer Grad es sind. Und das macht man mit dem Reclassify-Werkzeug. Also man schaut wieder in die ArcToolbox und eben hier unter meine Spatial Analyst Tools gibt es Reclass und eben hier das Werkzeug Reclassify. Und da klicken wir einfach mal drauf und schauen, wie das ausschaut. Ganz ähnlich wie alle Werkzeuge brauchen wir einen Input und als Input nehmen wir hier klarerweise unser Hangpunkt Tiff. Manchmal nehmen die Leute, aus welchem Grund auch immer, das Höhenmodell. Nein, das Höhenmodell hat ja nur die Höhenwerte, wir wollen aber unsere Hanglage quasi einteilen. Da klicken wir mal drauf und er macht da gleich mal automatisch, checkt, aha, da gibt es diese ganzen Werte. Und das basiert darauf, was wir da jetzt links in der Sympology eingestellt haben. Man könnte auch hergehen und bevor man jetzt dieses Reclassify-Werkzeug verwendet, könnte man schon in der Sympology das einstellen, wie wir es wollen und dann würde das übernehmen. Ich mache es jetzt einfach so rum in der Reihenfolge, ich lasse das einfach wie es ist, gehe Reclassify, nehme einen Layer rein, Hang und klicke dann hier auf den Classify-Knopf. Das ist immer als erster Schritt ganz praktisch, wenn wir mal hier draufklicken. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber das Praktischste ist, man kann hier gleich mal die Anzahl der Klassen festlegen. Und wir wollen ja quasi vier Klassen, ihr hättet jetzt vielleicht glaubt drei, aber man sehe noch mal unsere Tabelle, wir haben drei Klassen, das stimmt für unsere Bewertung 1, 2 oder 3, aber wir wollen dem GIS auch sagen, alles was steiler ist als 12 Grad, soll No-Data werden. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir hier vier Klassen. Drei Klassen sind es wirklich nur im einfachsten Fall, das kann eh schon sein, aber immer wenn es so Bereiche gibt, die noch darüber hinaus, also die zusätzlich hinzukommen, brauchen wir vier Klassen. Wenn ihr mit Explosion arbeitet, kann es auch sein, dass man es in fünf oder sechs Klassen unterteilen muss. Also immer genau darüber nachdenken, was braucht man. In dem Fall brauchen wir hier unsere Einteilung in gut, mittel und schlecht, plus alles, was ausgeschieden werden soll. Gut. Das heißt, ich habe hier mal eingestellt vier Klassen. Und dann, hier gibt es so diese diversen statistischen Klassifizierungsmethoden. Man kann aber auch hier rechts einfach draufklicken und die Werte eingeben. Jetzt habe ich es eh schon wieder vergessen. Also wir versuchen uns zu merken, was unsere Grenzen quasi sind. Also das sind die Grenzen. Wir haben 4, 8 und 12 als Grenzen sozusagen. Das heißt, der erste Wert hier wäre quasi die erste Grenze von 4. 0 müssen wir hier nicht eingeben, also plaut sich hier die Grafik an. Er beginnt automatisch bei 0 mit dem kleinsten Wert sozusagen. Es muss nicht immer 0 sein, aber er beginnt mit dem kleinsten Wert und dann, es heißt ja Break Values und nicht vom BIS-Bereich. Also erster Break Value wäre bei uns 4. Das gebe ich einfach ein und klick dann auf den nächsten. Ihr seht es, er übernimmt mir das hier. Der nächste Break Value wäre bei uns 8 und danach 12. Und dann kann man jetzt gleich wieder Plausibilität überprüfen. Wir sehen ja hier schon in unserer Verteilung, welche Steilheiten wir haben. Und wir sehen, okay, von 0 bis 4 haben wir eine Klasse dann. Von 4 bis 8 haben wir eine Klasse und von 8 bis 12. Und dann haben wir eben hier noch einen relativ weiten Bereich, der dann unser No-Data, also unser ungeeigneter Bereich wird. Das sind quasi alle Hanglagen steiler als 12 Grad. Und er hat hier automatisch den höchsten Wert als Kassengrenze eingestellt. Ich habe hier eine Angewohnheit, ich glaube, das ist heutzutage mit GIS 10.7 nicht mehr notwendig, aber früher hat das GIS oft diesen höchsten Wert falsch interpretiert und dann gab es Fehler. Also ich persönlich, wenn es was, macht es das auch. Ich gebe hier einfach immer einen bisschen höheren Wert ein. Einfach nur zur Sicherheit. Zum Beispiel 80 gebe ich hier ein, damit auf jeden Fall alle Werte abgedeckt sind. Das ist so ein Zusatzding, was ich mir angewohnt habe. Wenn ich jetzt okay sage, hat er mir hier die Tabelle quasi entsprechend angepasst. Also das ist die Klassifikationstabelle und die ist wichtig, weil hier, das sieht eben jetzt ganz ähnlich aus, wie wir es selbst erstellt haben. Hier sehen wir unsere Wertebereiche. Da steht die Old Values, also alle Werte in dem Bereich, sollen zu dem und dem Wert werden. Und das ist wichtig, das müssen wir jetzt eingeben, was das werden soll. Das wird automatisch jetzt nicht richtig sein. Wenn wir sich das anschauen wieder in unserer Tabelle. Wir wollen ja, dass die Werte 0 bis 4 sollen gut geeignet sein und das wäre bei uns 3. Das ist auch was Wichtiges. Bitte verwechselt uns nie, was gut und schlecht ist, weil wenn plötzlich gut geeignet zu 1 wird, dann stimmt euer gesamter Gegendis überhaupt nicht. Also immer mitdenken und deswegen ist dieses Mitschreiben ganz wichtig. Geht es wirklich immer und das mache ich auch immer noch, also das kann man nicht mit Erfahrung sich abgewöhnen. Wirklich mitdenken. Also wir sehen hier, okay, wir haben hier 0 bis 4 und was soll das werden 3. Das heißt, ich gehe hier einfach her und gebe einfach ein 3. Dann unser Bereich 4 bis 8, das passt in dem Fall mit 2. Und unser Bereich 8 bis 12 ist eben nur wenig geeignet, deswegen wird es 1. Und dann haben wir alle Werte, die über 12 liegen und die sollen no data werden. Und das kann man auch einfach so eingeben oder ihr seht es, man kann es auch einfach kopieren. Ich glaube, er versteht es auch, ups, wenn man es klein schreibt, aber ich würde empfehlen, schreibt es genauso, wie das GIS es schreibt, n groß und d groß, no data. Die letzte Zeile, die lassen wir einfach. Das heißt, alle Werte, die jetzt schon no data sind, sollen auch diese bleiben. Ihr könnt hier, diese Tabelle kann man auch manuell eintippen, auch mit add entry und so. Also man könnte hier Zeilen machen und so. Das heißt, man könnte alles, was wir hier mit dem Classify-Button da gemacht haben, auch manuell machen und reinschreiben hier. Das GIS ist nur sehr empfindlich mit der Schreibweise. Also man muss irgendwie, man kann hier auch mit Beistriche machen und man kann auch Leerzeichen nicht machen oder schon, aber ich glaube, wenn man es nicht macht, dann versteht es wir nicht. Also ich würde empfehlen, arbeitet jetzt mit dem Classify-Button und dann, also stellt es hier unter Classify ein und dann vergebt nur noch die Werte, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Was ihr jetzt noch machen könnt, ich habe schon erwähnt, das GIS merkt sich jetzt nicht unbedingt, was ihr da gerade einstellst. Das heißt, erspuckt uns dann ein Ergebnis aus und wir können aber dann nicht ganz einfach nachschauen, wie wir zu dem gekommen sind. Also erstens mitschreiben deswegen und zweitens könnt ihr aber auch, manche Vortragenden wollen das, manchen ist es wurscht, ihr könnt hier diese Tabelle speichern, indem ihr einfach auf Save klickt und dann zum Beispiel unter Rasterberechnungen könnt ihr das dann einfach runterhangen speichern, wenn ihr wollt. Das hat den Vorteil, ihr könnt dann später, wenn ihr irgendwie Probleme mit dem Ergebnis habt, könnt ihr nochmal kontrollieren, in diesen kleinen Infotabellen nachschauen, was ihr eingegeben habt. Das wäre der Vorteil, plus man kann sie auch laden. Also wenn ihr kompliziertere Klassifizierungen habt, die öfter vorkommen, könnt ihr die eben speichern hier ganz einfach. Das ist eine kleine Tabelle und die kann man eben auch da reinladen. Also das ist ganz praktisch. Ich spare mir diesen Schritt aber jetzt, weil ich bin mir sicher, ich habe das richtig eingeben und ich schreibe nebenbei mit. Was wir allerdings nicht vergessen dürfen, bitte vergesst das nie, die Dateibenennung. Also das übersieht man sehr gern, dass man die Dateinamen vergibt. Bitte nicht darauf vergessen, ihr seid dann nur verwirrt. Und hier würde ich empfehlen, macht eine Dateibenennung, die euch hilft zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Also ich würde es wieder, also was ihr da vorschlägt, ist eh gar nicht so schlecht, Reclass Hang. Ich mache es gern andersrum, damit es einfach dann in der Datei schöner aussieht. Ich gebe ein Hang, so hat die alte Datei geheißen, und dann Unterstrich und Reck. Das heißt für mich, okay, das ist mein Hang, meine Hanglage und die ist bereits reklassifiziert. Und dieses System werde ich beibehalten bei all meinen Berechnungen. Damit ich dann weiß, später, und das kann ich mir auch dann aufschreiben, wenn ich mag. Die mit Reck dran sind meine reklassifizierten Ergebnisse, mit denen ich weiter arbeite. Ich kann mir das auch, ich mache das jetzt beispielhaft in meiner Tabelle, kann ich zum Beispiel hergehen, mache noch eine Zeile und schreibe mir hin, Aufhang-Rec.tiv. Ganz einfach, damit ich es später noch weiß, falls ich quasi irgendwie ein Problem habe. Also mitschreiben ist wirklich immer gut. Weil dieses Hang Rec ist quasi mein erstes Zwischenergebnis. Genau. Und dann sagen wir einfach mal, okay, dann schauen wir, was passiert. Er sagt hier Reclassify, Reclassify. Und tada, wir haben ja ein Ergebnis, das jetzt nicht das schönste der Welt ist. Aber gleich mal ein Plausibilitäts-Check. Ich blende das mal wieder aus hier. Genau. Deswegen ist es gut, wenn man Sachen, die man nicht braucht, ausblendet. Also, wir haben hier drei Farben. Und ich werde jetzt einfach mal grob ändern. Ich mache, das schaut irgendwie komisch aus. Also wenn ich in der Sympology reingehe, kann ich hier die Farben ändern. Und ich sage 1, also 1 ist ja schlecht in meinem Fall, mache ich rot, 2 ist mittel, mache ich gelb und 3 wäre gut, mache ich grün. Ich mache das jetzt mit hässlichen, knalligen Farben. Aber man sieht dann besser, was passiert ist. Das heißt, wir haben jetzt Flächen. Die Flachen sind grün geworden. Die sind rot. Entschuldigung, grün geworden, die haben die Nummer 3. In dem Fall ist der See noch dabei. Der wird sich nicht eignen, aber das kommt später noch weg. Aber es gibt Sinn. Also flache Flächen, auch die Gewässer wären gut grundsätzlich, weil sie flach sind. Dann haben wir eben 2 und 1, also gelb und rot. Und wir haben hier weiße Flächen. Und das ergibt Sinn. Warum? Weil das ganz einfach die Flächen sind, die zu steil sind. Also über 12 Grad. Genau. Das heißt, Plausibility Check funktioniert. Plus, wenn hier irgendwas anders wäre als 1, 2 oder 3, wäre das auch falsch. Wir wollen ja eben, also das ist der Sinn von klassifizieren. Wir klassifizieren das in unser System von der Bewertung 1, 2 oder 3, beziehungsweise in No Data. Und wir wollen keine anderen Werte, sonst funktioniert unser System nicht. Das heißt, eure reklassifizierten Ergebnisse sollten immer 1, 2 oder 3 sein. Gut. Das war's auch eigentlich schon für die Reglassifizierung. Und wir machen mit den weiteren Kriterien weiter. Es sei auch noch gesagt, ich arbeite eben so, ich berechne mir immer das Zwischenergebnis, in dem Fall Hang mit der Hanglage und reklassifiziere dann gleich. Und dann habe ich quasi hier mein erstes Kriterium abgeschlossen. Ihr könnt natürlich auch hergehen und alle Zwischenergebnisse machen und dann alle nacheinander reklassifizieren. Geht auch, ich arbeite halt so. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Hauptsache ihr kommt es nicht durcheinander. Gut.